Schwester Giovanna, was ist Ihnen heilig? Was ist mir heilig? Ja, was alles, was Gott geschaffen hat, ich denke, ist heilig, der Mensch, die Natur, was wir dann auch alles, die wir von Gott bekommen, ist eigentlich heilig. Schwester Mirella, was ist Ihnen heilig? Für mich ist heilig Gott, Kirche, Glaube, das ist für mich heilig. Die Liebe, die Jesus Christus hatte für mich, das ist heilig, Jesus Christus, was er mir gezeigt hat. Er liebte mich, als ich ein Pfarrer war. Eine schlechte Person, nicht eine gute Person, er liebte mich. Also, von diesem Moment, konnte ich zu werden, um eine bessere Person zu werden, weil er mich liebte, als ich schlecht war. So. Schwester Giacob, was ist Ihnen heilig? Was mir heilig ist? Dazu würde mir als erstes einfallen, mein Habit, mein Ordenskleid, und damit verbinde ich aber auch meine Berufung als Ordensfrau, dass ich glaube, dass es von Gott gewollt ist. Und dann würde ich auch sagen, dass es der Wille Gottes ist, was mir heilig ist. Und den möchte ich erfüllen. Mhm. Ja. 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 Malkein. Ich liebte nichts von Le�ikwث und Montebyein Tagen, Vielen Dank. Was der H cercke, red Turnen die Wrefg schon aus,